Hallo und willkommen in der Informatik-Ecke von BleepTrack. Heute geht es um reguläre Ausdrücke, und zwar eher aus der Anwendersicht und nicht so sehr aus der Sicht der theoretischen Informatik. Reguläre Ausdrücke sind eine Möglichkeit, Wörter, also nicht Wörter im Sinne von unserer Sprache wie Baum oder Haus, sondern eher Wörter im Sinne von einer Zeichenkette. Also reguläre Ausdrücke sind eine Möglichkeit, eine Zeichenkette zu definieren, um das zum Beispiel als Filter zu verwenden. Wenn wir zum Beispiel einen sehr langen Text haben und wir möchten sehr spezielle Stellen in diesem Text finden, dann können wir die mit regulären Ausdrücken beschreiben und das dann als Filter benutzen. Und das probieren wir mal aus. Also wir haben ein Alphabet mit Zeichen. Das sind im Endeffekt unsere gängigen Symbole von A bis Z, groß und klein und vielleicht noch Ziffern und et und sonstige Sonderzeichen. Die können wir jetzt verwenden. Was wir zum Beispiel machen können, sind diese eckigen Klammern. Die sind eine sehr feine Sache. Mit denen kann ich eine Gruppe von Symbolen zusammenfassen. Ich kann zum Beispiel sagen A, B, C. Das wäre jetzt ein gültiges Wort, wäre jetzt nur A oder nur B oder nur C. Also ein Symbol aus diesem Pool. Ich kann auch ganze Ranges definieren. Ich kann zum Beispiel sagen A bis Z. Dann wären das jetzt alle kleinen Buchstaben von A bis Z. Wenn ich die großen auch noch will, kann ich zum Beispiel hinten dran direkt hängen A bis Z. Jetzt habe ich alle kleinen und alle großen Buchstaben. Das geht auch mit Ziffern, dann wäre das 0 bis 9. Kann ich zum Beispiel auch noch mit dranhängen. So, jetzt haben wir alles abgedeckt. Kleine Buchstaben, große Buchstaben und Ziffern. Also alles aus diesem Range wäre jetzt ein gültiges Wort, aber nur eins. Okay, vielleicht wollen wir ja auch irgendwie sagen, wir wollen etwas, was keine Ziffer ist. Dann kann ich das mit diesem Dach negieren. Wenn ich das hier schreibe, also nicht 0 bis 9, dann wäre jetzt zum Beispiel ein kleines A gültig oder ein großes A oder irgendein anderer Buchstabe, aber keine Ziffer. So, jetzt haben wir bisher ja immer nur ein Symbol definiert. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen umständlich. Dafür gibt es noch andere coole Sachen. Ich mache hier mal das A bis Z wieder rein. Oder nee, wir machen mal ABC rein, vielleicht. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten, daraus mehrere Buchstaben zu machen. Es gibt zum Beispiel das Sternchen hinten dran. Mit dem Sternchen sage ich beliebig viele. Und in diesem beliebig vielen ist auch die 0 mit drin. Also keinmal oder beliebig oft. Das Sternchen ist im Endeffekt der Kurzschreibweise für diese geschweiften Klammern. Mit denen kann ich nämlich Minimum und Maximum angeben. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, Minimum 0. Also es muss nicht vorkommen. Es kann 0 mal vorkommen bis... Und wenn ich kein Maximum habe, dann lasse ich diese Stelle einfach leer und schreibe nach dem Komma nichts hin. Das würde also dem Sternchen entsprechen. 0 mal und dann beliebig oft. Was es noch gibt, ist das Plus. Das ist so ähnlich, aber hier ist es halt nicht 0 mal, sondern mindestens einmal und dann beliebig oft. Das heißt, wenn ich das in dieser geschweiften Klammern Schreibweise haben will, dann hätte ich 1, bis beliebig viel. Und dann gibt es zum Schluss noch das Fragezeichen. Das Fragezeichen sagt einfach nur einmal oder keinmal. Also wenn wir das in dieser geschweiften Klammern Schreibweise schreiben, wäre das keinmal oder einmal. Also 0 bis einmal. Das entspricht dem Fragezeichen. Außerdem gibt es noch das oder. Das kann man vielleicht auch mal brauchen. Wenn ich sagen will, an einer Stelle kann das a vorkommen oder das b, dann mache ich das mit diesem großen Strich. Und dann gibt es noch ein paar Kurzschreibweisen. Die sind auch oft definiert. Die tollste ist der Punkt. Der Punkt steht für beliebiges Symbol. Also für ein beliebiges Symbol. Wenn ich jetzt zum Beispiel Punkt Sternchen habe, dann habe ich ein beliebiges Symbol beliebig oft. Und damit decke ich im Endeffekt alles ab. Was es noch gibt, finde ich sehr praktisch. Es gibt zum Beispiel das kleine d, das steht für Digit, also jegliche Ziffer. Also das ist eine Kurzschreibweise für die eckige Klammer 0 bis 9. Wenn ich das jetzt groß schreibe, dann ist es immer die negierte Variante, also kein Digit. Und das gleiche gibt es auch noch zum Beispiel mit W für Word Character, also normaler Buchstabe. Oder dann eben Groß-W für kein Word Character. Da gibt es noch ein paar mehr, die könnt ihr am besten mal nachschlagen. Und das war eigentlich schon im Endeffekt alles. Damit können wir jetzt diverse fancy Ausdrücke und Wörter zusammenpuzzeln. Und das kann man sehr gut üben. Und anstatt dessen, dass ich jetzt hier ganz tolle Übungsaufgaben mir ausgedacht habe, zeige ich euch eine Webseite, die heißt regexcrossword.com. Da gibt es aber auch noch diverse andere. Das sind praktisch reguläre Ausdrucks-Kreuzworträtsel. Und da können wir ja hier mal eins spielen. Ich habe hier Beginner genommen und es heißt Beatles. Das ist schon mal ein Tipp. Und wir können mal anfangen. Also das ist der reguläre Ausdruck, mit dem Plus hier, das gilt für diese Zeile. Das heißt, ich kann entweder reinschreiben He, LL oder O Plus. Und wir wissen ja, das Plus steht für mindestens einmal. Das heißt, demnach wäre das halt dann OO. Die Möglichkeit haben wir auch noch. Okay. Und das sieht komplizierter aus. Das sieht auch mehr oder weniger kompliziert aus. Wir können mal hier runter gucken noch. Da kann ich EP, IP oder EF reinschreiben. Und wir können ja mal gucken, was sich damit trifft. Und das eigentlich, das einzige, sehe ich das richtig, was funktioniert, wäre hier eigentlich He für Hello, weil dann haben wir ein E zum Schluss. Dann könnte hier runter EP oder EF passen. Also ich schreibe jetzt hier mal das hier rein. Das heißt, hier runter bleibt noch EP oder EF übrig. Und hier in diese Richtung dürfen alle Buchstaben aus dem Wort Please rein. Mindestens einmal, also mehrmals. Und hier runter dürfen diese Buchstaben eben nicht rein aus dem Wort Speak. Also alles außer im Speak. Dann gucken wir doch mal, was übrig bleibt. Also die schließen sich ja gegenseitig aus. Und hier hinten haben wir auf jeden Fall ein P oder ein F. Und das kann dann auch nur das P sein, weil hier drin kein F ist. Also muss hier ein P rein. Das ist auch schon mal klar. Okay. Okay, ähm, was haben wir noch? P ist in beiden geht also nicht. L wäre nicht in beiden. Also wäre es eigentlich das L voraussichtlich. Und Help macht ja auch noch sogar irgendwie Sinn. Jetzt können wir mal Validate klicken. Und wir haben es richtig gemacht. Sehr gut. Was wäre denn das Nächste? Hier, es geht gleich weiter. Okay, Naughty. Oha. Na gut, da könnt ihr auf jeden Fall weitermachen. Das ist ziemlich witzig, um reguläre Ausdrücke zu üben. Und viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.